So, da wurden wir dahin gerafft. Nimm deinen Rucksack. Wir wurden dahin gerafft beim Campieren. Rucksack. Dammt nochmal. Hier sind auch noch ein paar Schmankhalter. Unachtsam, wie wir waren. Nimm die Biest-Golem-Axt, Mann. Was haben wir hier? Großer Ausdauertrank. Biest-Golem-Axt. Ohne Werkbank. Da bin ich mal gespannt. Bogen. Recurve. Nehmen wir alles mit. Curved. Kennen wir nix. Wo ist das Rezept? Zack. Curved. Hier, hier. Weißt du was? Boah, die Digger, die können wir herstellen. Wieso? Wir haben die Biest-Golem-Bruchstücke. Wir brauchen nur eine Eisen-Axt. Und diese Nägel, Palladium-Nägel, haben wir doch auch gelootet. Ich kann dir hier die Axt herstellen, Digga. Das ist ne Zwo-Hand. Weiß es nicht. Aber fügt Gegnern Bluten zu. Wir brauchen ne Eisen-Axt. Eisen-Axt. Kann ich die herstellen? Nein. Die kann man nur kaufen. Mhm. Aber vielleicht ist... Aber ist nicht die Eisen-Axt ne Ein-Hand-Axt? Die ist ne Ein-Hand-Axt, ja. Deswegen glaube ich auch, dass das ein Einhänder ist. Auch vom Schaden her, glaube ich, weil... Ja, das wird schön. Warte, schau mal nochmal. Bevor ich jetzt hier irgendeine Scheiß erzählen. Weil die macht jetzt nicht wirklich den Schaden von nem Zweihänder. Mhm. Kannst ja gut mit deiner vergleichen. Ja, die macht 40 meine und die macht 27, ja. Dann ist es ein bestimmten Einhänder. Angriffsgeschwindigkeit 0,9. Ist sogar schneller als die eine ist ne Axt. Die Formel. Mhm. Und wird Bluten hinzufügen. Ich glaub, die wär gut, Mann. Schau mal. Schau mal. Ein Tod wird hier irgendwie immer belohnt, hab ich das Gefühl mittlerweile. Hahaha. Noch. Ja, das sollte man nicht verschreien, ja. Ich seh schon. Irgendwann, ach, jetzt passt ja und so. Das bauen wir wieder in der Stadt. Dann steht dran, sie sind für immer tot. Ja. Diesmal ist es vorbei. So. Der gute Kollege hier wieder. Dann hat deine Outward-Serie hier ein Ende. Dann müssen wir von neu. Das ist das Leben. Ist das der gleiche wieder? Ja, irgendwie. Das ist auch makellos. Der hat auch wieder hier so ein Vogelkäfig stehen. Ja, ich mein, der hat ja damals gesagt, dass wir nur... Dieser Plage da. So. Ja, dann mach du mal. Ich hab's verletzt gemacht. Den kannst du wieder fragen mit, äh... Du bist ein Monster der Plage. Wer bist du? Kannst du mir helfen? Ja, kannst du uns helfen. Meine Reise war in letzter Zeit ein wenig beschwerlicher. Aber ich kann dir noch immer eine Hilfe sein. Wenn du mich brauchst. Ich brauche Schutz. Ich brauche Ausrüstung. Ich brauche Kraft. Mach mal Ausrüstung. Vielleicht gibt er uns zufällig eine Eisenachst. Ja, okay. Mach mal Ausrüstung, ne? Hm. Ich hoffe, dass sie hält dich in Sicherheit. Meisterhändler? Und am Leben. Ich komm ja ohne zu... Also, ich hab nichts bekommen. Okay. Ich hab einen Meisterhändler gewandt bekommen. Das sieht cool aus, man. Schau mal. Ich geh dann mal. Ja, aber ich fand deins vorher irgendwie cooler. Ja, jetzt als Mage, aber das Ding ist schon... ...wär vielleicht was für dich. Es gibt nämlich auch noch mal extra Plätze für die Taschen und so. Schauen wir uns das mal genauer an. Das ist echt besser. Hm. Oh ja. Da waren da auch noch mit so Händlerstiefel vorne in der Truhe. Da muss man jetzt mal kurz gucken hier. Gepolsterte Stiefel hab ich. Händlerstiefel. Da hab ich bessere. Hm. Roh hier. Hätt ich schon besser. Beutelbonus 4. Beutelbonus 8. Ausdauerkosten minus 10%. Geschwindigkeit plus 5%. Das ist super. Widerstand gegen Kälte, gegen Wärme und mehr Rüstung. Super. Das hat man uns einfach geschenkt. Ja, danke. Ich finde es super. Das ist richtig wie ein Abenteurer. Ja, der Helm fackt ziemlich rein. Ja, der ist wirklich hart. Aber ich muss doch ein bisschen reparieren. Lass mal rasten, die sind eh voll ausbrand wieder. Echt? Ich ne? Ich schon. Hä? Du musst doch reparieren. Was ist aus? Fuck, die Zelte sind halt weg, man. Ja, die müssen wir uns holen. Ja, hilft nix. Ohne Zelte geht nix. Nee. Vielleicht sind wir hoffentlich zufällig in der Unternehmen. Wir hoffen es. Kaputte Gegenstände können doch immer benutzt werden. Aha. Okay. Warum? Was bringt das da, wenn die kaputt sind? Machen wir weniger Schaden. Gute Frage, ja. Ja, halt hart gewesen, wenn die kaputt sind und dann sind die einfach weg. Mhm. Ja, das hätten sie nicht machen können. Wo sind wir? Ich sehe uns auf der Map, ne? Ach doch, Alter, ganz da unten. Boah, ist das weit. Wir sind ganz, ähm, Südwesten. Aber wirklich ganz. Und unter dieser alten Winden. Da an diesem, ganz links unten, wo Temperatur neutral steht, Tag 51 und so, oder? Fast ein Stück. Da, wo es noch grün ist. Okay, wo müssen wir hin? Aber wirklich an der untersten Ecke. Wachturm. Ich muss mal ein bisschen laufen. Ah, hab ich schon gelootet. War nur ein Crap drin. Ah. Ja. Verbände und Nägel. Ja, und da vorne sind schon wieder irgendwelche Viecher. Ja. Es hört nicht auf. Oder? Ne, ist halt was auch schon. Wirklich? Aber doch. Was ist das für Viecher? Pokémon. Alter. Das sind Dämonen. Illuminator Schreck. Das kann ja gut sein. Illuminatoren. Boah, der kann schießen. Schießgift, Mann. Säure. Ey. Ich stelle jetzt hier eine Pfanne. Ey, 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 ey. Ich hab die Falle hingestellt. Ich hab irgendwie Respekt vor denen. Alter. Ich hab hier ne Falle hingestellt. Voll abkriegt, Alter. Der steht mitten in der Falle. Fuck, ich hab hier ne Gladen, die Falle. Komm, gib die, du Kreatur! Fuck, ne Zeit, ne? Alter. Was kacken die da überhaupt hin, Mann? Boah, die halten auch ganz schön viel aus, Mann. Boah, der hat aber gekriegt, der hat gekriegt. Der heilt sich wieder. Ich, ne? Alter, da müssen wir auf eins zusammen. G'stochen. Er will mich irgendwie. Ich tue mal einen Verband anlegen. Ja. Ich trink den Ausdauertrank. So. Back in the game. Hier ist ein ausgehütter. Ja, das ist ein brutaler Großstreit. G'faukes! Alter. G'stochen! Nein da! Boah, Alter. Der hat geblastet. Boah, der ist rein. G'stochen! Ich geb' ihm jetzt. Der ist down. Ich muss jetzt aber heilen. Fick ihn mit dem Arsch. Mach das, mach das, mach das. Halt durch! Ich stech ihn! Halt durch! Ich stech ihn, Mann. Bin gleich wieder da. So, jetzt aufhin. G'stochen! Ja, die machen wenigstens keinen Nahkampf. Das geht eigentlich schon. Und jetzt hinrichten, wenn der draufliegt. Boah, 120 Schafen. 120. Kranke, echt. Was für missgeburten. Ich bin gut, dass du das war schon. Mhm. Zähne. Ein Räucherding. Haut. Gut, die haben wir schon mal erledigt. Wir haben... Wir haben doch irgendein Essen, was auch aus... erstellt. Der Ausdauer, wie generiert. Ja, was als baff ist. Das sollten wir eigentlich vorher uns immer reinhauen. Hm. Das muss ich essen. Hier, Alter, die gekochten Eier. Da hab ich gar keine. Ja, ich geb dir ein paar. Brauchst du die nicht für irgendwelche Tränke? Hm. Ja, aber ich hab halt den Rest nicht, also. Ähm. Das ist eigentlich wurscht. Ja, ich muss doch bald reparieren, Mann. Guck mal, wenn's eh nicht kaputt geht. Hm. Das ist alles gelootet von denen, ja. Hast du Heiltränke noch irgendwie? Einen? Drei. Schon abgeben. Hm. Brauch ich halt die blöden Pilze. Hm. Also ich geb dir hier mal Eier. Die... Kann man sich halt vorher reinhauen, hat man schon mal Ausdauer-Buff. Schau mal. Das ist schon mal gut. Ich danke. Ich hab auch noch zwei Ausdauer-Tränke. Ich weiß noch, ob du da einbrauchst. Hm, ne, da bin ich noch gut. Alright. Hier ist auf jeden Fall irgendeine... Großstreit-Kolben. Mit einem Alpha-Jerky drin. Was? Alpha-Jerky? Was hab ich hier jetzt für ein Knüppel? Wie? Wie? Ja. Ja klar. Wie viel Schaden macht der? Der macht 30 und 47 Wucht. Das ist nicht schlecht. Hat der irgendwie einen Effekt? Der ist 0... 0,9 schnell, nö. Kein Effekt. Mal ausprobieren. Aber ich denke, die Axt, die ich herstellen kann, die ist ziemlich gut. Hm. Die hat noch Blutung. Das ist nicht zu verachten. Gelber Kopal, ist das? Abbauen. Hä? Kopal. Achso, das ist so eine Art Bernstein, oder? Krank. Stimmt, das ist ja Harz. Urzeitliches Harz, das zur Rüstung geformt werden kann. Nur die Schmiede in Stadtberg beherrschen diese Technik. Ah, also diese Kobalt-Rüstung da, was die da haben. Ah, ja, okay. Ja. Da unten ist es auf jeden Fall wieder so schön. Lass den ausweichen, der haben eh keinen guten Loot gehen. Na ja, Loot ist Loot, oder? Die haben uns echt in sich. Wir müssen da lang. Ist so. Na gut. Ja, wenn die uns nicht angreifen, können wir schon vorbei, aber... Ich fürchte, die gehen auf uns los. Jetzt? Geht's? Hm. Da bist du oben lang. Hm. Ja, da müssen wir lang. Da müssen wir eigentlich jetzt wieder zu einem Weg kommen. Hm. Ich habe das Gefühl, dass sie immer so ein krankes Viech ist. Die kommen dann, wenn man es nicht erwartet. Ja. Wenn man gemütlich im Zelt liegt. Ja. Und der Afghal ist. Na, mir ist nicht Ruhe. Ja. Nägel und... Druckklappen fallen. Gut. We need money. Money, money, money. Moment, brennt ein Baum. Ja. Okay. Hm. Das ist ne riesiger, brennender Baum. Ist auf der Karte markiert. Ja, macht Sinn. Da sind auch Feuerdämonen, wie ich sehe. Ah, dann... Gehen wir da lieber noch dazu. Sollten wir uns klemmen. Da braucht man dieses Geisterlix. Ja. Wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Feuerrisi. Muss man da mal gucken, weil ich denke mal... Die Pilze oder irgendwie... Das muss man doch beim Händler auch... ... und für Heiltrinken und so. Hm. Ach, die kriegt war so selten. Na. Hm. Hm. Da unten war doch gleich der Händler auch, ne? Was ist das hier? Das war doch dann... Nur ein bisschen weiter. Hm. Das ist schon ein gutes Stück weiter. Hm. Was ist das hier? Das ist ne zerstörte Siedlung. Ja, da waren wir noch. Ach so ne, auch noch eine. Hm. Einfach ne weitere. Schaut aber ähnlich aus. Ziemlich, ja. Wär denn sogar gleich. Gescheit recycelt. Ah, Wasser! Eppah, ey! Truhe. Die Beutel kann man nicht looten, ne? Ne. Ah, das macht schon klar. Oh, mit der gleiche Shit drin. Äh, mit der gleiche Shit. Okay. Pack hinein! Wo ist denn hier der Weg? Wir sind schon vorbei. Wir müssen eigentlich an dem Weg entlang. Was ist hier? Was haben wir denn da? Wo? Irgendwo hier lauert so ein Viech. Das ist ein Gefühl. Ja. Irgendwo ist er. Da ist ne Truhe, aber... Schau nach Fallen, die sieht irgendwie so... Präsentierteller aus. Ich bleib mal weg. Ich opfer mich. Bis jetzt seh ich nichts Verdächtiges. Ja. Für Ehre und Ruhm. Ja, gut, das so ne Laterne, aber die hast du schon, die Sekunde Laterne. Stolperfalle, Handwerk, aber das hast du gelernt letztens, gell? Die Stolperfallen herstellen. Ja. Na gut, dann kann ich's auch nochmal lernen. Ja, genau. Dann können wir's beide. Ist doch gut. Das hab ich erlernt. Gut. Aber wir finden kaum solche Riesen, ne? Da war nur einer. Da ist ja auch ein Markt. Schau mal, da ist schon wieder so ein Bernstein. Pack mal ein. Das ist gut. Jäger und Sammler. Was sollen wir machen? Bei mir packt der Schatten immer mehr wieder weg. Bei mir auch ab und zu. Boah. Reiche Eisenader hier. Die Kieskäfer brauchst du, gell? Ja, aber da brauch ich halt die Blutpilze, oder was? Oh, ja. Oh, ja. Die finde ich nirgends. Krabbenauen. Okay. Da unten ist wieder so ein kranker Hirsch. Lass den mal erleben. Ist doch ein bisschen was wertschen gewesen. Boah. Wilderer. Ja komm her! Boah. Boah. Round the corner. Der hat's schon gemein, ne? Alter. Das ziehen wir durch. Mö, mö. Micha, was ist das für eine Attacke? Schau mal. Wir müssen wegstoßen, ja? Das ist gut, mach das nochmal. Dann geht er zu Boden, dann kann ich hier auch. Fuck. Das ist ein guter Combo. Oh, ja. Gib's mir. Ja. Alter. Oh, ja. Geil. Was geht denn mit dem ab? Hörst du jetzt auf? Richtig geil ohne Ausdauer. Ja. Ja. Drecks. Ich weiß doch nicht, warum meine Ausdauer komplett ausgeraut ist fast. Ich hab nichts gemacht. Mein Leben ist es auch schon wieder weg. Ja, wir rasten. Oh, ja, ja, ja. Hey. Hey. Hey, tut das weh. Hey, 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 hey. Push up. Ja. Hey, 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 hey. Da ist noch. Alter, da ist ein Schitter-Sung einer. Hilfe. Hau ab. 1- hijo noch. Guy hintergelaufen. Gut, dass ich's Island habe. Der istbrosch rut Markus sei denn jetzt auch noch im ihren Lockdown. Grün Punkt da oben Bei mir stehen die hier so rum Ne bei mir liegen die Richtig boogie Schon wieder ein Bernstein Na super Pack ma ein Pack ins Loch Da unten liegt der Kranke Der Händler ist weg schon Tatsächlich ist es schon wirklich Das ist noch so ein Viech dahinten Echt? Das sind immer ein Wasserstellen habe ich das Gefühl Ja Richtung woher herkomme Ich steck da meine Falle auf hier Eider, was packen die Leichen Hier ist nochmal so ein Hirsch Den holen ihn mal schnell Ich stehe einfach mal zwei Fallen hier Gib dir böse! Na meine gepolsterten Stiefel sind schwer beschädigt Boah Du hast einfach keine Chance man Sack nochmal einen drauf Und nochmal einen mit ihm Was das lange Ausdauer hat gehts so Ja Flawless Würde ich mal sagen hier Drecks wie blödes Schau mal Das ist doch gut Ja hier liegt auch noch Zeug Das hast du vorher nicht mitgenommen Ich hab ihn noch 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 Auf mich abgesehen Ja dann Hol ihn ran Die Sau So im Pullen Der will ich schon Der will schon Na Ja Hättest du halt zu bringen Eine andere von Dann müsste es die Schettinpanzer gewesen sein Ah Ja Ja okay Die haben da richtig reingeholt Ja die hauen schon auch gut neu Die sind schon auch gut Ja Aber im Vergleich Was wollt ihr denn immer von mir? Hä? Was wollt ihr? Der walt nur aus Boah Der ist voll krank man Ich kann nix machen Ich kann nix machen Ja ich auch nix Boah Ich hab ihn reingekieft Sauber Ich hab schon wieder keine Ausdauer mehr Around the corner Tot Nein Ich bin dann zuckst laut man Keine Ausdauer mehr nichts AAH For fuck Beruhig dich Man Ich bin auch richtig laut man Ja Mal schau er kommt auf Darauf kommt er einfach nicht klar Gepolsterte Stiefel sind kaputt Ist gut Wunderbar Da freut man sich Wunderbar Komm steh auf 13 Leben Verschiedene Gilden Verschiedene Ähm Ich glaub ich nehm wieder den Knüppeln Ja ja Mit dem Deutsche gut Mit der Blutung und so Mal soll ich mal die Axt herstellen Und zum angucken Fert es dir taugt dir aus Naja Sobald man halt Alles nötige zackt Nur ne Eisenachs ne gestinkerte Haben wir jetzt nicht oder Ah die kriegen wir da beim Händler hinterher geschmissen Tch Das will ich sehen Ja irgendwo hier ist ja der andere jetzt Die machen wir auch noch platt Also ich bin OneHead Macht nichts Macht nichts Das kriegen wir schon hin Mal gescheit fallen jetzt nochmal mit Schettinpanzer Ich hab keine mehr Vom Mantis Ja ich hab glaub auch keine mehr Doch ein Habino Ein Habino Eigentlich sollte man Eigentlich sollte man immer das Lager aufbauen und dann gleich Fallen hinstellen Eigentlich gar nicht dumm ja Aber die kann man ja komplett wieder aufnehmen Ich hör'n schon Ja Der ist hier hinterm Baum oder? Ne ist tot Der ist bei ihm Ne da ist er Der trauert Der trauert Ja scheiße jetzt können wir keine Fallen mehr legen Warte Aber er geht nur auf dich Okay jetzt hat er mich Boah ist der schnell Ich bin gleich tot Ich blute Ich bin schmerzen Keine Ahnung man Krankes MISSTFIE Dun 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 Mal ne mitgeben Ist ja betäubt Alter was ist denn das? Nein fuck AAAAAAAA Ich will net Was sind das für Viecher man? Ich hab ja gesagt ich bin OneHead Puh Weißt schon erst geht er auf dich Dann auf einen Schlag dreht er um Zack auf mich tot Hör's auf man Puh Ach so ist ja auch schon fast langweilig man Kommt er gar nicht drauf klar Ja aber komischerweise zeigt er bei mir ständig an dass du schaden Aber du kriegst irgendwie keinen Also dass er dich trifft Ne Ne Die ganze Zeit steht bei dir minus 22 Ne Das irgendwie fach das Ja jetzt wieder schon Jetzt hat er mich getroffen Steht aber die ganze Zeit dran bei mir Wie fach das? Jetzt wieder Na ja schon längst Ja weil das klappt Das geht bei mir nicht Jetzt hat er dich dreimal troffen grad Du kriegst aber keinen Schaden Ich bin froh drüber Das macht richtig man Das macht er jetzt? Hä? Hä? Der hab mich gefressen Hat's versucht Drecks wie blöd das Also irgendwas stimmt da nicht Weil du kriegst bei mir immer Schaden Irgendwie halt auch nicht Liegt das vielleicht daran dass ich vielleicht eine höhere Bildrate hab Ich weiß es nicht Also woran es auch immer liegt Das geht bei mir nämlich nicht Weil wenn ich das mach Ficken die mich komplett zusammen Habe ich vielleicht mehr movement speed als du Jetzt natürlich schon Jetzt natürlich schon Weil jetzt habe ich ja diese Klamotte Aber vorher hatte ich es auch nicht Ja aber wie gesagt bei mir steht ja immer dran Dass du Schaden bekommst Aber es passiert nichts Ich krieg ja auch gar nicht Erhitt mich nicht Ja bei mir aber Also ich sehe es ja Dass du Schaden bekommst bei mir Komisch Das ist irgendwie buggy Das ist buggy Weil wenn ich das versuch so rumzulaufen Dann ficken die mich immer rein So wie es halt auch bei dir auch dran steht Nur passiert bei denen nichts Ja bei mir treffen mich bei weitem Ja Das kann ich mir nur vorstellen Das ist irgendwie dadurch dass ich der Horst bin Und du verbunden bist Das ist halt irgendwie so ein So eine Verbindungszahl Was? Möglich Wollte man nicht erst fallen stellen Ich habe keine Ja gut jetzt pennen wir eh direkter Weil man halt mal auf Kars und Dass man nicht angegriffen werden kann Ja können dann schon Aber da wird wenigstens ein bisschen neiggefickt Ja genau Geht schon da Ja gib ihm Super Ich kann schon ahnen was passiert ist Glücklicherweise verläuft Schal ist gut Nein das ist okay Schal ist gut Alter mein Leben ist immer noch nicht voll Schal das geht schon Durst Cheerio Lass wir mal ein Alpha Jerky Es gibt nen Buff oder was Zorn Na gut Mach ich mir Schaden damit quasi Na gut zu wissen Das ist gut Das ist gut Buffhut Ja Also ich habe noch Kapazitäten Ich habe noch Kapazitäten sag dich Ich bin voll Pass mal auf auf fallen hier Mhm Das ist schon wieder sowas geh Mir sieht verdächtig aus Ist ne Dwemble hier Dwemma ja Elder Scroll Elder Squar Ja Elder Scroll online Das ist ein Wachtturm. Da ist irgend so ein Viech drin, oder? Da ist irgend so ein Viech drin in diesem Kristall, oder? Ja. Schwer zu definieren, ja. Irgendwas ist da drin. Aber hier ist auch schon wieder ausgestorben. Da ist wieder so ein krankes Viech. Echt? Wahnsinn. Da geht's rein. Scheint ein Dungeon zu sein. Den machen wir, oder? Geben wir es, sonst bös. Ein Wachtturm betreten. Rein hier! Ran an den Feind! Alle rein hier! Bombeller! So. Bin mal gespannt, was uns erwartet. Einfach ne Truhe. Trau dem Braten nicht! Aha! Was ist denn das? Hörst du das? Nur Scheiß. Hörst du das? Ja. Da läuft irgendjemand. Fuck. Irgendwas wird hier passieren. Der Hackbeil, helle Barde. Ja, das war die, wo ich mal am Anfang fand. Okay. Die war crap, hast du gesagt. Pack mal ein. Pack mal ein. Irgendwas haben die hier echt buggy. Ich spring jetzt mal hier runter. Was ist denn das überhaupt? Was ist das? Hier ist was. Schau mal. Interagieren. Okay. Digga. Alter. Digga, wir wären jetzt fast einfach wieder gang. Niemals! Schmolzen. Alter, krank. Also ich wäre jetzt glaube ich, wenn du jetzt jetzt hier runter wärst, wieder... Ja, er hat schon verpasst. Er hat schon als verbuggt abgestuft. Geh mal... Ja. Geh mal hier hoch mit deinem Bogen, Alter. Lass die mal hin. Dann hab ich zu ner Fallen stellen hier. Ja, wenn wer herrscht, das ist super. Versuch's. Aber der buggt schon her. Komm, komm. Fuck, ich tue sie schnell. Alter. Okay. Ich hab zeitlich nicht mehr gereicht, leider. Hinterhalt. Neigstorn. Das ist für eine Stufe einer. Na, daneben, Alter. Ich glaub, die können nicht Blut. Komm, hol dir ein paar. Und das gefällt mir gar net. NEIJA! Boah, der wollte grad irgendwas machen. Alter, ist die Waffe krank. Ein Feuerstein. Ja, das war wohl anscheinend für euch. Dammit. Ich tu mal hier. Die Falle wärs noch. So'n Schundhaufen. Hä, ich konnte in die Falle grad... Pass auf! Komm, raun hier! Zur Falle! Ja, ich punche. Komm her! Ja... Alter... Ist er reingelaufen. Ja. Gebt ihr Bös! Alter, das ist die Waffe, ey. das ist echt übel ja ich konnte auf jeden fall gerade in die falle diese brutale großstreit kolben was dann konnte ich da reinlegen dann ist er eigentlich weg oder dann ist er normal weg aber das ist vielleicht echt für einen fetten Boss das ist ja krank ok hier ist besessenheitstrankton kann ja jeder mal mitnehmen ein volles schaden geht schon ein Saphir hast du nur Kapazitäten ich bin am Limit ja das ist kein Problem ich bin am Limit muss auch schon wieder essen ich mach mal hier ein Backup hau mal ein Chitin rein ich kann auch das Geweih reinhauen na genau komm ich tu mal den Streit rein oder eine Machete kann ich auch oder das ist eine Blutpfanne oder nirgends wenn ich den Streitkolben reintun dann ist das eine Prügelfanne ich hab hier eine die gemacht moderaten physischen Schaden moderat ich hau die mal rein ok ja war eine Waffe irgendwie schau mal da ist irgend so ein kleines Haus naja das sieht cool aus sieht abgefahren aus abgespaced schau mal da sind noch so Schriftzeichen da oben was hat es damit auf sich dann kommen wir bestimmt noch später mal hin schau mal da ist ein Mond da sind so versunkene Häuser teleportieren kann man da klicken Alter was ist da für ein Viech der schaut auch nicht gesund aus das ist ein Geist da müssen wir uns rüber teleportieren wenn wir das machen dann aber schau mal hier ist noch mal so ein Schalter was macht der hier schreit die Tür auf und zu dann baue ich die Falle wieder ab ja und du sagst die Matz kriegt mal wieder normal schon der will sie nicht abbauen naja tatsächlich aber der abgenommen ja natürlich noch passt ja dann anders kommen wir wohl nicht weiter das ist ein Gespenst ja aber mit der Axt denke ich das ist doch mal jetzt einfach Teleport Frage beantwortet da wartet er gleich ne und jetzt im richten Bad und man macht echt nicht viel Schaden eigentlich ne die halten schon viel aber schau mal er kommt gar nicht mehr klar krank ein Eisland ist gut sehr gut ich bin durstig der hat mich ausgebrannt und kläms mit noch n bisschen her geht's dann wieder teleportieren hm Frau 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 happen Schaut magari schau mal eine waffe macht weniger schlagkraft dass die verwirrung dass die weniger schaden glaubt schon blau sand sehr gut hier kann man sich nur dass man da weiter kommt das kann man sich gut merken hat den linken der hat aber jetzt ganz schön reich jetzt auf da geht irgendwie mehr er hat doch die chance schauen wie der kassiert feuerlappen deine waffe macht nicht schuss auf die scharfe ich tue das mal schon zu weisen ich habe ja was drauf hier manche kann man vergiften oder so ich glaube werde ich sagt meins target nehmen immun zu gift und bluten sind auch minus 100 im gegen 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 was ist das schatten oder was das ist einfach zauber ins verschiedene klassen meinst du das hier ist der richtige weg ich glaube eher das ist der dahin ja weil der so ganz nah von ist nicht ha 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 man baubau ja das mal schon ja weil hier normal ist im grab stellen du weißt aber nie wer der richtige Jochen Firma Tu structures J grade Hört's nicht aufgelöst Ja da ist irgendeine Feuerk 위에 Ich glaub die ist krank und das Jenny mit diesen kleinen Häusern oder mit den türmen das ist chillig ja was ist dein was sollen wir uns hier kommen hol dir ein paar ok das eis macht viel schein geister augen brauchst du so was hat es damit aus sich das soll vielleicht nur einer mal hingehen teleportieren ok sonst gibt es bei der anderen scheiß nur machen da drüben ist der tool und so das looten ist klaro servus hey bob bob schlappen wenn abgefarmt hier ja ne falle nehm ich mit ja schaut zwar chillig aus aber pack ihn ein ich bin übergewichtig ich mach mal ein paar sachen schau cool aus hat er ne fette reichweise glaub schon ja dann kannst du die marquette mitnehmen weiß ich nicht es wird langsam knapp banken rucksack übergewicht echt zu schnell ja ich hab jetzt noch die waffe hier mitgenommen und so ich hab hier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 waffen alter naja INTERESTRUST INTERESSINT ER WILLS CHOLOW Bau, 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 bau. Bau, bau, bau. Kein Vergleich zu der Axt? Nee, das ist auf jeden Fall nicht. Das merkt man halt so extrem hier. Der wäre jetzt normal schon dreimal dauer. Ja. Und der würde mich jetzt so ficken, Mann. Es ist schon krass, was die Waffe ausmacht. Tatsächlich, ja. Hm. Oho! Bow 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 bow! Ich muss jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen versorgen. Ah, das tut doch mal. Ich glaub viel mehr gibt's hier da noch. Dann eine Truhe und dann noch das Importding. Hey, das ist eine Pistole, du weißt... Hm. Das ist schlecht. Kieskäfer, die nehm ich mal mit Naja, das wird halt echt langsam übel mit dem Platz Mineraltee ist gut Na, ich hab ja eigentlich noch Schlagfestigkeit erhöht Dann hab ich auch einen, ja Steinschlosspistole, packen wir halt auch einen Kann man zu gelb machen, ja Jetzt bin ich aber echt dann langsam Push it to the limit Musstig gleich an David denken Wie er so dran hockt Push it to the limit Man Sich seinen nächsten Tropf macht Und die Mucke sich reinzieht Elendiger Versager Ja Ja Was jetzt passiert, Alter? Was passiert? Weißt du denn, das konnte man vorne anklicken Digga Was ist passiert, Mann? Digga Komm bitte schnell Ich konnte es nicht anklicken? Ich komme auch nicht mehr zurück Digga, ich werde jetzt so gefickt Ja klar, Alter, das ist ein Endloss Das ist ja voll bescheuert Ich probier mal, wenn ich rausgehe, ob du dann irgendwie Vielleicht muss ich mal ausloggen, keine Ahnung Ja, oder geh einfach aus dem Spiel Keine Ahnung, was dann passiert Das einzige, was mir jetzt einfällt Jetzt ist die Kugel nämlich auch wieder benutzt Kann ja nur eine rein, oder was? Kann ja nicht sein Ja, anscheinend Hä, nee Ich bin jetzt wieder drin Hä? Oder? Nee, ich habe mich hier in mein Spiel gelockt Ja, weil sobald ich hier hingehe Dann wird die nicht mehr benutzbar Wenn ich weiter weg bin, schon Fuck doch, oder? Wer legt das daran, dass ich irgendwie Mana habe? Immerhin, ich bin tot Das ist eine einzige Erklärung Wie tot? Ich bin einfach gestorben im Lager Und da starte ich einfach umgefallen Besser da ist Deine Beine geben nach Und selbst atmen scheint unmöglich Schmerzen nehmen Dein Körper, das dein Bewusstsein nachlöst Die warmen Tüfte von Sirzus Kastaus Heißen dich willkommen Offenbar hat dich jemand gefunden Und wieder gesund gepflegt Ich bin einfach zusammenbrochen am Strand Bin ich ihm nicht eingesackt Tagelang warst du ohne Bewusstsein Ihr habt mich tagelang da flacken lassen Aber immerhin bist du noch am Leben Na, danke Also ich verstehe das hier gerade nicht Ich habe eine Aufzeichnung Warum kann ich das nicht benutzen? Ganz komisch, Mann Meine Fresse Aber weißt du, was gut ist? Ist ein Händler Ja, aber das verstehe ich jetzt wirklich nicht Vielleicht wenn du weiter weg gehst Oder so Ich weiß das auch noch Ja, wie gesagt Wenn ich hier drüben stehe Sieht so aus, als könnte ich es benutzen Sobald ich mir report Wird es nicht mehr benutzen Ich log vielleicht auch mal Ist nur die Frage Normal müsste ich ja hier bleiben Ja, ja schon Ganz komisch, Mann Was ist denn? Ja, bis dann Harte Nummer Ja, wenn da nur einer hoch kann Ne, es ist immer, wenn ich mich hier rüberspawne Wird es unsichtbar Und ich kann es nämlich mal benutzen Ja, aber das scheint ja auch nicht normal zu Ich konnte ja reingehen ohne Probleme Ja, vorhin konnte ich es auch benutzen Komischerweise Log mal Hab ich, Gott Was kann ich für dich tun? In Ordnung Hier kann ich eine Eisenachse kaufen Ja, mach mal Echt komisch Boah Diese Hackbeilhelle Bade Und dieser brutale Speer Sind jeweils 75 Silber wert Krass Da kommen wir Der Hütte ist schon ein Stück näher Vielleicht kann man das halt auch nur einmal benutzen Wenn man es nicht schafft Dann ist es halt rum Das dauert mir nicht, Alter Ich irgendwie schon Das kann ich gleich gar nicht glauben Ich versuche jetzt einfach mal hier nochmal komplett raus Müssen wir das halt nochmal von Neuem angucken Es gibt doch schon mal Money Die Hälfte haben wir schon mal Hm So Biestgolem-Axt Hä, ich hab doch eine Eisenachse kauft Wirst du mich verarschen, Alter Was kann ich für dich tun? In Ordnung Verkauf mir die jetzt Das wäre ich sauer Fangknüppel Kann schon beim Online-Spiel ans Scheunen Nein, ich hab's einfach mal gegeben So, jetzt hab's nochmal hergestellt Das ist eine Einhand-Axt Und die schaut richtig krass aus Danke Also ich glaube, das ist was für dich Rapper chillen Bring ich dir mit So bin ich Super So bin ich einfach Online-Spiel starten Sag mal so Oh, du hast ja auch das Rezept aus meinem Spielstand mitgenommen Mhm Und mit meinen Mats gebaut Achso 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 Stößt was ich meine Also irgendwas stimmt hier nicht, Mann Das Gefühl hab ich auch Schmuggig groß geschrieben, gell Hm Servus Moin, Moin Ja Was ist meine leute sind die das sehen wollen das ist aber ich habe ja nichts davon 0 ja das wusste ja vorher ja ich habe es ja auch nur für mich gemacht damit ich hier die mosse ich wusste nicht mal dass der öffentlich ist da habe ich dann halt stellen habe ich gesehen also auf einmal klar ich finde